Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Motivation. Ich möchte es auf der einen Seite auf Sport beziehen, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen verallgemeinern. Denn nicht nur für Sport fehlt vielen Leuten die Motivation, beziehungsweise, ich kenne das ja selber, manchmal hat man einfach Tage, da hat man null Bock. Aber das Ding ist einfach, ihr müsst euch vor Augen halten, welches Ziel ihr habt. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss man sich halt manchmal auch selber an den Arsch treten. Und das ist halt auch einfach wichtig. Also zum Beispiel, ich möchte zunehmen und möchte Muskeln aufbauen, möchte nicht mehr so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Und es ist eben auch ultra schwierig. Zunehmen ist genauso schwierig wie abzunehmen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, oder vielleicht einige da draußen schon, aber regelmäßig zu essen, viel zu essen, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so schwer für mich. Und ich halte mir dann aber immer vor Augen, was ich erreichen möchte. Und auch wenn ich dann denke, dass ich gerade keine Motivation auch zum Sport habe oder so, dann trete ich mir manchmal einfach selber im Arsch, damit ich was mache. Und was mir mega oft dabei hilft, ist einfach gute Musik, gute Laune, vor allem das Feeling danach. Also wenn ich Sport gemacht habe, danach fühle ich mich einfach großartig. Also einfach toll. Oder man sucht sich einen Partner, mit dem man was zusammenstarten kann. und irgendein Freund, irgendwer, der auch Bock hat, was zu machen. Und man kann sich gegenseitig motivieren. Und das ist einfach so, so viel wert. Nur das Ding ist halt auch, für manche Ziele zu erreichen, dauert es halt. Und die Geduld aufzubringen, beziehungsweise dann motiviert zu bleiben, ist dann halt oftmals ein bisschen schwierig. Deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, erst mal sich Teilziele zu setzen. Also sein Teilziel erreichen zu können, ohne direkt das Ziel zu erreichen, aber dass man nicht so lange Zeit aufbringt, um Erfolg zu sehen. Deswegen motiviert es nochmal ganz anders, wenn man schon früher sieht, okay, ich habe jetzt schon was erreicht. Und ihr müsst euch auch mal was gönnen. Das habe ich ja schon in dem Video zur Selbstliebe gesagt, um euch zu motivieren. Und wenn ihr was erreicht habt, dann gönnt euch was, damit ihr auch weiterhin motiviert bleibt. Ihr könnt euch das auch immer aufschreiben, was ihr schon erreicht habt, damit ihr es auch auf gar keinen Fall vergesst. Oder teilt es mit euren Liebsten, quatscht mit denen da drüber. Und die freuen sich ja dann auch mit euch, wenn die sehen, was ihr schon erreicht habt. Und das gibt auch nochmal einen ganz anderen Motivationsschub. Und ihr müsst euch für bestimmte Ziele auch einfach eine Deadline setzen, damit ihr nicht den ganzen Tag rumschludert und denkt, ach ja, ich habe ja noch Zeit und ist ja noch ewig hin und ich habe ja sowieso keinen Plan, wann mein Ziel erreicht werden soll. Deswegen setzt euch eine Deadline. Dann wisst ihr, okay, dann ist Tag X, wo ich mein Ziel erreicht haben möchte. Und dann motiviert ihr euch auch wieder ganz anders und merkt, okay, boah, jetzt dieser Druck, den braucht man auch manchmal einfach. Dass man weiß, okay, jetzt ist es bald soweit, jetzt muss ich was machen. Das ist ja genauso wie mit den Schulklauseln zum Beispiel. Da lässt man sich ja auch ewig Zeit bis kurz vor knapp und dann denkt man, oh, scheiße, jetzt wird es doch mal so langsam Zeit zu lernen. Und was ihr bei der ganzen Sache auf jeden Fall niemals verlieren dürft, ist positiv zu sein. Auch wenn es mal Niederschläge gibt und auch wenn nicht alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Aber ihr müsst positiv bleiben. Und wenn man positiv ist, dann ist auch irgendwie alles viel cooler und auch ein bisschen einfacher. Und es motiviert sich viel, viel leichter. Jeder hat ja auch so seine ganz eigenen Punkte, wo er sagt, okay, dadurch kann ich mich mehr motivieren. Und das hilft mir dabei, mich zu motivieren. Versucht einfach mal, euch selber zu überlegen, was eure Punkte oder eure Dinge sind, die euch motivieren. Findet das heraus und schreibt es euch vor allen Dingen auf. Ich schreibe mir sowieso immer allgemein so viele Dinge auf, weil es nochmal ganz anders im Hirn ankommt. Wenn du weißt, du hast was geschafft, okay, aber wenn du dann liest, was du getan hast und was du schon erreicht hast, dann ist es irgendwie nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und seid auf jeden Fall auch mal stolz auf euch, wenn ich nun das erreicht habe. Und wie gesagt, teilt es mit anderen Menschen. Schreibt es euch auf. Bleibt positiv. Und dann wird das alles schon. Also steht auf, tretet euch selber in den Arsch, sucht eure Motivationspunkte, was euch motiviert und dann legt einfach los. Und wenn ihr mal einen Scheißtag habt, dann schmeißt ihr einfach irgendeine gute Launemusik an, groove ein bisschen kurz rum und dann steht ihr auf und macht. In diesem Sinne, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr wisst, was zu tun ist. Ich würde mich mega über ein Abo freuen und auch vor allen Dingen über Feedback. Leute, wirklich, das ist mir das Allerwichtigste, dass ihr mir Feedback gebt. Also in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.